Ab sofort ist diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Dachgeschosswohnung liegt in Bochum-Gleis-Dreieck. Das im Jahr 1980 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der dritten Etage und wird über eine Fernwärme-Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette sowie einen Keller. Bei einer Wohnfläche ist das Gebäude. Mit einer Wohnfläche von ca. 85 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung auf 840 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.